Hallihallo, liebe Rambazamba-TV-Freunde, ein neuer Videodeal mittendrin, stand nur dabei bei dem unglaublich schönen Wetter. Der Sommer kommt so langsam und wir haben passend dazu ein, nein, kein Auto, kein Ersatzreifen, keine Lichter, einen Fahrradhalter. Und zwar vom Markenhersteller, guck mal hier drüben, Euphab. Also was richtig Vernünftiges, das Modell heißt Falcon. Ihr könnt gerne mal bei Google, Amazon, Ebay, überall mal nachschauen, was das Teil kostet. Der Normalpreis war 279 Euro, das werden wir euch unten noch dazu posten, da könnt ihr ein Produktvideo anschauen. Das Teil ist richtig klasse für zwei Fahrräder, auch natürlich für E-Bikes geeignet das Ganze. Es ist alles dabei, was man haben muss. Man kann sich bei Google ganz genau schlau machen, was das Teil kann. Wir haben den mal hier an so einem Jeep montiert. Das ist jetzt ein E-Bike, hier einfach die Halterung, Halterung Nummer zwei fürs zweite Bike dann. Es sind nochmal solche Sachen alle dabei zum Abschließen. Die Gurte, die normalerweise hier rumkommen, damit das Fahrrad richtig gut hält. Und das andere kommt dann andersrum drauf. Ich lege das jetzt mal auf die Seite hier. Es ist übrigens alles drin. Auch der Adapter. Hier 13-poliger Stecker ist dran. Alles mit dabei, abschließbar. Also alles Bombe, alles was man braucht. Nochmal für zwei Fahrräder, auch E-Bike geeignet. Zum Abmachen, einfach hier, ich mache das jetzt mal ab, ziehen. Das Ganze wird dann hier einfach abgenommen. So, zack, einmal dran ziehen. Ab und man nimmt das Fahrrad einfach runter. Und schon hat man freien Zugang zu dem Träger. Guck dir an. So sieht das aus. Das kann man alles abmachen. Das kann man natürlich alles ordentlich verlegen. Es sind Kabelbinder mit in der Packung. Das Ganze geht auch hier, schau mal, hier drückst du drauf, siehst du das? Hier so ein Hebel, verschlossen, zack, unverschlossen, zack, nach oben. Kann man umklappen mit den Fahrrädern drauf. Und kann das Ganze natürlich ganz easy, locker, ordentlich, damit man auch überall dran kommt beim normalen Fahrzeug. Kannst du wieder hochklappen und weiter geht die Fahrt. Zum Abmachen, auch ganz leicht, das Ganze hier dran ziehen, hochklappen und abmachen. Einfach von der Anhängerkupplung, zack. Ab geht's. So einfach geht's und auch wieder dran machen. Rang auf das Ganze. Einmal nach unten klappen und schon ist er dran. Also Baby leicht zu montieren. Von der Firma Eufer, das Modell Falcon. 279 war der reguläre Preis bei uns. 179. Oben und hinten vorne klicken und viel Spaß. Tschö.